Hallöchen! Ihr seht jetzt hier mal aus einer anderen Perspektive seht ihr hier etwas? Das habe ich bekommen. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Von meinem Freund. Hat er mir geschenkt. Und das kann ich auch ganz gut brauchen, weil ich blende euch mal ein, was ich mir da zurecht gebastelt habe. Und ich habe mal bei der Zwischenzeit schon was Neues besorgt. Da konnte ich nicht widerstehen. Natürlich noch den passenden Kram dazu. Ein paar Tage vorher habe ich den gekauft und später haben wir dann noch das Ding gesehen. Hat er mir das Ding dazu geschenkt. Zu meinem Geburtstag heute. Aber das hatte ich mir gekauft. Und zwar ist das hier von Proxxon. Dieser Multi-Schleif-Gedöns-Dings. Und das Ding hier für 10 Euro. Also da konnte ich nicht Nein sagen, dass ich das Ding da stehen lasse. Nein, nicht für 10 Euro. Was das Ding gekostet hat, keine Ahnung. Würde er mir nicht sagen. Aber ihr habt ja gesehen, was ich da eingeblendet habe. Dafür hätte ich sonst nämlich einen Adapter gedruckt, den ich hier rumpacke und dann da rein. Aber da ist das ja schon besser. Allein war es schon bei dem anderen vorne die Spannzange da, das Ding hier vorne nicht mehr geht. Und hier ist ein richtiges Bohrfutter drin. Hier ist ein richtiges Bohrfutter drin. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich mache das mal so. Es sollte soweit passen von der Größe her. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passt. Ach, ne, passt nicht. Ist egal. Aber das kommt dann nachher hier rein. Und dann habe ich einen kleinen Bohrständer, um die Platinen vernünftig bohren zu können. Muss ich das nicht mal mit der Hand machen. Das wird sowieso eine Schiebung krumm. Aber das Ding hat ein Problem. Ja. Es hat ein großes Problem. Es quietscht. Es ist nicht so schlimm. Es ist ein bisschen dreckig. Ich glaube, das kommt aus einer anderen Benutzung. Keine Ahnung. Weil der hier sieht aus wie überhaupt nicht benutzt. Kein Dreck, kein gar nichts, nichts. Und jetzt werde ich den Bohrständer erstmal reinigen. An gewissen Stellen ein bisschen Fett oder Öl ran machen. Weiß ich noch nicht. Und schon mal auf die Höhe einstellen, denke ich mal, die ich brauchen kann nachher für Platinen bohren. Weil für mehr würde ich das Ding auch nicht großartig benutzen. Aber dass ich die Platinen gebohrt kriege, werde ich nur ein bisschen sauber machen. Zumindest hier hin. drin. Da ein bisschen fetten Ölen. Und dann ist das Ding soweit wieder gut. Also wollte ich euch mal zeigen. Das habe ich jetzt zusammen. Jetzt habe ich hier einmal ordentlich was Schönes. Ich habe geguckt, was das insgesamt mal kosten würde. so wie das so wie das jetzt hier so steht, würden wir bei um die 120 Euro liegen. In etwa. Weil allein das Netzteil, das kriegt man mit dem Ding zusammen nicht unter 90 Euro oder 80 Euro, sagen wir es mal so. Das Ding hier selber kriegt man zu 50. Aber das Netzteil dazu und den Bohrständer noch dazu, Poxan ist wirklich teuer. Ist aber auch gut. Kann man nicht meckern. Es gibt noch die Geschichte auch mit Spangzangen. Aber das brauche ich nicht. Da muss ich dann immer gucken, ob ich die richtige Größe habe. aber es passt so. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen. Das mache ich mir jetzt hier fertig. Bin ich meinem Freund auch ganz doll dankbar, dass ich das Ding noch gekriegt habe. Dazu. Dass er gesagt hat, ja, ich kaufe dir das, weil ich jetzt dann nicht gekauft, weil ich hatte kein Geld mehr in der Tasche für sowas. Aber wenn er sagt, ich kaufe dir das, aber mir nicht verrät, was er dafür bezahlt hat, ja, dann ist das so. Dann kann ich dann auch nichts mehr sagen. Was weiß ich, was er dafür bezahlt hat. Wahrscheinlich nicht wenig, keine Ahnung. Mal schauen. Quitscht das jetzt denn hier noch? Ja. Ich denke mal, ich weiß schon, woran das liegt. Das liegt ja an der einen Stange. Gut, nee, mehr wollte ich nicht. Dann, ja, sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Da mache ich etwas für jemand anderen. Der kommt damit nicht klar. Das wird was ganz Schönes. Das wird leuchten, das wird blinken, das wird bunt sein. Werde ich ja für ihn mal fertig machen, weil er kommt damit nicht klar. Da sehen wir uns dann wieder. Und dann, danke fürs Zugucken. Bis, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.